Vielen Dank. 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 Die Danke. Vielen Dank. 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 ... 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 ...die Künft seit Beginn ihres Bestehens seit 2004 gegen die wachsende Armut, gegen die staatlich verordnete Armut. Und das Bündnis Essen steht auf, ist auch immer ein Aktivposten gewesen in dieser Auseinandersetzung und im Protest auf der Straße im Kommunalparlament. Glück auf! Ja, liebe Mitstreiterinnen und Mitstreiter, ein neuer Zusammenhalt für unser Land. Das ist eine der drei großen Überschriften über den Koalitionsvertrag der neuen GroKo. Das ist eigentlich reiner Zynismus, wenn ausgerechnet diejenigen, die durch ihre Politik Tag für Tag die soziale Spaltung vertiefen, von einem neuen Zusammenhalt für unser Land faseln. Sie meinen natürlich auch nicht unseren Zusammenhalt, die meinen was ganz anderes. Und die Menschen durchschauen das auch zunehmend. Denn es ist doch kein Zufall, dass unmittelbar nach der schweren Geburt dieser GroKo und ausgelöst durch den unseligen, diskriminierenden und fremdenfeindlichen Beschluss der Essener Tafel, keine Leute mit ausländischem Pass mehr aufzunehmen, in ganz Deutschland eine Diskussion über Hartz IV und Armut losgebrochen ist, die die bis heute nicht eindämmen konnten. Und diese Diskussion, die zeigt, dass dieses Gesetz nach wie vor verhasst ist wie von Anfang an und nicht von den Menschen akzeptiert wird. Und weil das so ist und weil es denen darum geht, die Menschen davon abzuhalten, sich gegen diese Politik zusammenzuschließen, deswegen ziehen sie alle Register der Spaltung. Da werden Flüchtlinge und Migranten als Sündenbürger aufgebaut, um von den wahren Verursachern von Armut und Arbeitslosigkeit in den Konzernspitzen abzuwenden. Ohne Zweifel ist die AfD diejenige Partei, die dabei am schlimmsten und am bereistesten hetzt. So versuchte die AfD-Abgeordnete Beatrix von Storch, sogar noch diese Amokfahrt von Münster vergangene Woche auszunutzen, um das dem Islam und Flüchtlingen in die Schuhe zu schieben. Mittlerweile musste sie da kleinlaut zurückrudern. In den Medien wird immer der Eindruck erweckt, dass diese GroKo-Parteien von der AfD getrieben werden. Das ist meines Erachtens grober Unfug. Die rücken immer weiter nach rechts, weil ihre Institutionen, ihre Parteien und ihr ganzes System immer mehr an Vertrauen verlieren und immer mehr Widerstand herauskommt. Das geplante neue Bayerische Polizeiaufgabengesetz ist schon mal erwähnt worden, verschafft der Polizei Unterdrückungs- und Überwachungsmöglichkeiten, wie man sie seit Gestapo-Zeiten nicht kannte. Das tut die CSU nicht wegen der AfD, sondern um ihr geliebtes kapitalistisches System gegen einen Ansturm von solchen Gefährdern wie euch und uns zu wappnen. Das ist der ganze Sinn der Sache. Und es ist auch kein Zufall, dass sowohl die CSU und der Seehofer wie die AfD den faschistoiden ungarischen Präsidenten, der jetzt wieder gewählt worden ist, Viktor Orban, hofieren und als Vorbild ansehen. Dieser Regierung, Orban, das ist für eine Regierung, das könnte, so könnte man sich vielleicht eine AfD-Regierung vorstellen. Es ist auch kein Zufall, dass in Österreich die Schwesterpartei von CDU und CSU mit der faschistoiden FPÖ, vergleichbar mit der AfD, bereits eine Regierungskoalition auf Bundesebene bildet. Und auch bei uns gibt es erste Anläufe aus der CDU, solche Koalitionen hier in Deutschland salonfähig zu machen. Und ich sage euch, das wird kommen. Gegen den Rechtsruck der Regierung hilft nur ein breiter Zusammenschluss aller Menschen und Organisationen. Und da ist es wichtig, erstmal Meinungsverschiedenheiten zurückzustellen und das in den Vordergrund zu stellen, was uns eins, so wie wir das heute hier auch tun. Und deswegen finden wir von Essen steht auch diese Initiative vom Internationalistischen Bündnis und der Montagsdemo so gut und so wichtig. Und denn nur das schafft den Zusammenhalt, den wir wirklich brauchen.